Hallo und herzlich willkommen in der mystischen Welt. Unser Thema heute in der Reihe Europäische Prophezeiung, die heilige Hildegard. Hildegard von Bingen. Hildegard wurde am 17. September 1098 in Bermersheim von der Höhe Deutschland als zehntes Kind einer Adelsfamilie geboren. Die Familie von Bingen legte großen Wert auf Bildung und Hildegard zeigte früh Interesse an geistigen Fragen und medizinischen Heilmitteln. Bereits in ihrer Kindheit litt sie unter einer unerklärlichen Krankheit, während derer sie erste Visionen und prophetische Träume erlebte. Ihr Eintritt ins Kloster Dizzy Bodenberg war mit acht Jahren. Hildegard wurde von ihren Eltern in das Benediktinerkloster geschickt, wo sie unter der Obhut der frommen Jutta von Sponheim aufwuchs. Hildegard lebte ein strenges Klosterleben, widmete sich dem Gebet, der Medizin und dem Studium antiker Schriften. Schon in ihrer Jugend beginnt sie, ihre mystischen Visionen und theologischen Gedanken niederzuschreiben, was der Beginn einer umfangreichen schriftlichen Arbeit ist. Sie erlangte durch ihre Schriften und Visionen zunehmend Bekanntheit und wird schließlich vom Papst Eugen III. als Ratgeberin und Prophetin anerkannt. Während dieser Zeit verfasst sie zahlreiche Bücher, darunter Scyvias und Liba Divinorum Operum, in denen sie ihre theologischen Ideen und Visionen ausführt. Im Jahre 1150 gründete sie das Kloster Ruppertsberg, wo sie zur Äbtissin aufsteigt und weiterhin als geistige Führerin wirkt. Hildegard von Bingen stirbt 1179, aber ihr Vermächtnis lebt in ihren Schriften, Visionen und in ihrer Musik weiter. Im Jahr 2012 wird sie vom Papst Benedikt XVI. heilig gesprochen und gilt als eine der ersten Frauen, die in der katholischen Kirche heilig gesprochen werden. Hildegards Kräuterheilkunde war in ihrer Zeit sehr einflussreich und wurde von vielen Menschen geschätzt. Ihre Ansichten zur Heilkunde waren innovativ und wurden von späteren Generationen weiterentwickelt und studiert. Heute erlebt die Kräuterheilkunde von Hildegard von Bingen eine Renaissance und wird von Menschen auf der ganzen Welt geschätzt. Ihre Lehren über die Heilung durch die Natur und eine ausgewogene Ernährung spiegeln sich in der heutigen Naturheilkunde und der Verwendung von Heilpflanzen wieder. Viele ihrer empfohlenen Kräuter werden auch in der modernen Kräutermedizin verwendet. Zunächst einmal basierte Hildegards Wissen über Kräuterheilkunde auf dem traditionellen Wissen ihrer Zeit. Hildegard war jedoch nicht nur passive Empfängerin von Wissen, sondern auch eine aufmerksame Beobachterin der Natur und der menschlichen Gesundheit. Sie führte Experimente mit verschiedenen Pflanzen und Kräutern durch, dokumentierte ihre Beobachtungen und integrierte diese Erkenntnisse in ihre Kräuterheilkunde. Ihre persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen verliehen ihrer Heilkunst eine praktische Dimension. Ein wichtiger weiterer Aspekt von Hildegards Kräuterheilkunde waren ihre Visionen und göttlichen Offenbarungen. Sie behauptete, dass Gott ihr Wissen über die Heilkunde direkt vermittelte. Diese Visionen und Offenbarungen waren für sie eine wichtige Informationsquelle und beeinflussten ihre Ansichten über die Natur und die Heilkunde. Darüber hinaus studierte Hildegard von Bingen antike medizinische Werke, darunter Schriften von Hippokrates und Galen. Sie zog Informationen aus diesen Texten heran und passte sie an die Bedürfnisse ihrer Zeit an. Dieses Studium der antiken Medizin bereicherte ihre Kräuterheilkunde um wertvolle Erkenntnisse. Hildegard hatte auch Kontakte zu anderen Gelehrten ihrer Zeit, darunter Abt Bernhard von Clairvaux und Papst Eugen III. Diese Kontakte ermöglichten es ihr, Informationen auszutauschen und Ratschläge zu sammeln, die ihre Heilkunde bereicherten. Insgesamt verfolgte Hildegard von Bingen eine interdisziplinäre Herangehensweise an die Heilkunde, die verschiedene Informationsquellen miteinander verbannt. Ihr Werk Physiker ist ein herausragendes Beispiel für ihren ganzheitlichen Ansatz zur Gesundheit der Elemente aus religiösen Überzeugung, traditionellem Wissen, persönlichen Beobachtungen, mystischen Visionen und dem Studium antiker Texte vereinte. Ihre Kräutereilkunde hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die mittelalterliche Gesellschaft. Hildegard von Bingen bleibt somit eine faszinierende Figur, die nicht nur für ihre Zeit, sondern auch für die moderne Welt von großer Bedeutung ist. Noch heute ist der Begriff Hildegard-Medizin, welcher 1970 von dem Arzt Gottfried Herzger eingeführt wurde, der sich auf Schriften der Heiligen Hildegard von Bingen beruft, geläufig. Kommen wir nun zu ihren Prophezeiungen. Zitiere hierfür aus dem Buch Scyvias Wisse die Wege von Hildegard von Bingen, herausgegeben vom Padloch Verlag 1991 mit Anmerkungen des Herausgebers. Es kommt die Zeit, in der Fürsten und Volk auf die Autorität des Papstes verzichten werden. Einzelne Länder werden ihre eigenen Kirchenoberhäupter dem Papst vorziehen. Das Deutsche Reich wird geteilt werden. Kircheneigentum wird säkularisiert. Priester werden verfolgt werden. Nach der Geburt des Antichristen werden Ketzer ungestört ihre falschen Lehren predigen, was dazu führt, dass Christen Zweifel an ihrem heiligen katholischen Glauben haben. Hinweis des Herausgebers. Diese Prophezeiung lässt sich bereits leicht auf Ereignisse anwenden, die im letzten Jahrhundert begannen. Anders als früher sehen die meisten Menschen den Papst nur als Galleonsfigur und nicht als Stellvertreter Christi auf Erden. Darüber hinaus wurde Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in Ostdeutschland und Westdeutschland geteilt und erst kürzlich nach dem Fall der Berliner Mauer wieder vereint. Es ist durchaus möglich, dass der Antichrist bereits geboren wurde, denn die Zweifler auf dieser Welt scheinen den Gläubigen zahlenmäßig überlegen zu sein oder seine Geburt könnte in der nahen Zukunft erfolgen. Weiter im Text von Vombingen. Gegen Ende der Welt wird die Menschheit durch Leiden gereinigt werden. Dies gilt insbesondere für den Klerus, dem jegliches Eigentum geraubt wird. Wenn der Klerus eine einfache Lebensweise angenommen hat, werden sich die Bedingungen endlich verbessern. Ein starker Wind wird im Norden aufkommen, der auf göttlichen Befehl, dichten Nebel und dichten Staub mit sich bringt und er wird ihre Kehlen und Augen füllen, sodass sie mit ihrer Grausamkeit aufhören, von großer Angst heimgesucht werden. Danach werden so wenige Männer übrig sein, dass sieben Frauen für einen Mann kämpfen werden, dass sie zu dem Mann sagen werden, heirate mich, um die Schande von mir zu nehmen. Denn in jenen Tagen wird es für eine Frau eine Schande sein, ohne Kind zu sein, wie es bei den Juden im Alten Testament der Fall war. Bevor der Komet kommt, werden viele Nationen mit Ausnahme der Guten von Not und Hungersnot heimgesucht werden. Die große Nation im Ozean, die von Menschen verschiedener Stämme bewohnt wird, wird durch ein Erdbeben, einen Sturm und Flutwellen zerstört werden. Sie wird geteilt und zum großen Teil untergetaucht sein. Diese Nation wird auch auf See viel Unglück erleben und ihre Kolonien im Osten durch einen Tiger und einen Löwen verlieren. Durch seinen enormen Druck wird der Komet viel aus dem Ozean treiben und viele Länder überschwemmen, was große Not und viele Plagen verursachen wird. Alle Küstenstädte werden in Angst und Schrecken geraten und viele von ihnen werden durch die Flutwellen zerstört. Und die meisten Lebewesen werden getötet und selbst diejenigen, die fliehen, werden an einer schrecklichen Krankheit sterben. Denn in keiner dieser Städte lebt ein Mensch nach den Gesetzen Gottes. Nun wieder ein Hinweis. Die große Nation im Ozean, die von Menschen verschiedener Stämme bewohnt wird, wäre mit ziemlicher Sicherheit die Vereinigten Staaten, auch wenn diese Prophezeiung viele Jahrhunderte vor der Entdeckung Amerikas aufgezeichnet wurde. Oder es könnte sich auf England beziehen. Was den Kometendruck betrifft, der Überschwemmungen verursacht, ist dies durchaus möglich. Die Anziehungskraft des Mondes bewirkt, dass die Gezeiten steigen und fallen. Stellen Sie sich einfach die Anziehungskraft eines nahegelegenen Kometen vor. Oder vielleicht würde es mit Sicherheit zu Überschwemmungen und Flutwellen kommen, wenn der Komet ins Meer stürzen würde. Es scheint, dass wir bei der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe in Südostasien einen Vorläufer dieser Flutwellenzeit erlebt haben. Weiter im Texte von von Bingen Der Frieden wird nach Europa zurückkehren, wenn die Weiße Blume erneut den Thron Frankreichs erobert. Während dieser Friedenszeit ist es den Menschen verboten, Waffen zu tragen und Eisen wird ausschließlich zur Herstellung landwirtschaftlicher Geräte und Werkzeuge verwendet. Auch in dieser Zeit wird der Boden sehr fruchtbar sein und viele Juden, Heiden und Ketzer werden sich der Kirche anschließen. Wieder ein Hinweis Weiße Blume bezieht sich auf den Heiligen Kaiser, der kommen und den Frieden in der Welt wiederherstellen und ihn in den katholischen Glauben bringen wird. Der Sohn des Verderbens, der Antichrist, der nur sehr kurze Zeit regieren wird, wird am Endtag der heutigen Welt kommen, zu den Zeiten, die dem Moment entsprechen, kurz bevor die Sonne vom Horizont verschwindet. Nachdem sie eine zügellose Jugend unter sehr perversen Männern und in der Wüste verbracht hat, von einem als Engel des Lichts getarnten Dämon geführt wird, wird die Mutter den Sohn des Verderbens entfangen und gebären, ohne den Vater zu kennen. In einem anderen Land wird sie die Menschen glauben machen, dass ihre Geburt ein Wunder war, da sie keinen Ehepartner ernannt hatte und sie wird ignorieren, wie das Kind, das sie zur Welt gebracht hatte, in ihr entstanden ist. Und die Menschen werden ihn als eine Art Heiligen betrachten, dass er für diesen Titel geeignet sei. Der Sohn des Verderbens ist dieses sehr böse Tier, das diejenigen töten wird, die sich weigern, an ihn zu glauben. Wer wird mit Königen, Priestern, Großen und Reichen verkehren? Wer wird die Demut verkennen und den Stolz schätzen? Er, der schließlich das gesamte Universum mit seinen teuflischen Mitteln unterwerfen wird. Er wird viele Menschen gewinnen und ihnen sagen, ihr dürft tun, was ihr wollt, auf das Fasten verzichten. Es genügt, wenn ihr mich liebt, mich, der ich euer Gott bin. Er wird ihnen Schätze und Reichtümer zeigen und er wird ihnen gestatten, sich bei allen möglichen Festlichkeiten auszutoben, wie es ihnen gefällt. Er wird sie verpflichten, die Beschneidung und andere jüdische Bräuche zu praktizieren. Und er wird ihnen sagen, diejenigen, die an mich glauben, werden Vergebung ihrer Sünden empfangen und werden ewig mit mir leben. Er wird die Taufe und die Evangelisation ablehnen und er wird alle Gebote, die der Geist den Menschen meines Teils gegeben hat, verächtlich ablehnen. Dann wird er zu seinen Anhängern sagen, schlag mich mit dem Schwert und lege meinen Leichnam bis zum Tag meiner Auferstehung in ein richtiges Leichentuch. Sie werden glauben, dass er sich tatsächlich dem Tod ergeben hat und aus seiner tödlichen Wunde wird er einen verblüffenden Anschein einer Wiederbelebung erwecken. Danach wird er sich eine bestimmte Chiffre zusammenstellen, von der er sagen wird, dass sie ein Zeichen des Großes sein soll. Er wird es allen seinen Dienern als Zeichen unseres Glaubens im Himmel geben und ihnen gebieten, es anzubeten. Diejenigen, die sich aus Liebe zu meinem Namen weigern, dem Sohn des Verderbens diese frevelhafte Anbetung zu erweisen, wird er unter den grausamsten Qualen töten. Aber ich werde meine beiden Zeugen Enoch und Elias verteidigen, die ich für diese Zeiten reserviert habe. Ihre Aufgabe wird es sein, den Mann des Bösen zu bekämpfen und ihn vor den Augen der Gläubigen, die er verführt hat, zu tadeln. Sie werden die Kraft haben, überall dort, wo der Sohn des Verderbens seine bösen Lehren verbreitet hat, die brillantesten Wunder zu wirken. In der Zwischenzeit werde ich diesem Übeltäter erlauben, sie zu töten. Aber ich werde ihnen im Himmel den Lohn für ihre Mühen geben. Später jedoch, nach der Ankunft Henochs und Elias, wird der Antichrist vernichtet werden. Und die Kirche wird mit beispielloser Herrlichkeit jubeln. Und die Opfer des großen Irrtums werden strömen, um in die Herde zurückzukehren. Wieder eine Anmerkung. Hierin scheint die heilige Hildegard vom Protestantismus zu sprechen. Wenn sie Jesus mit den Worten zitiert, die Opfer des großen Irrtums werden strömen, um in die Herde zurückzukehren. Mit anderen Worten, sie werden in großer Zahl zum Katholizismus zurückkehren. Das ist interessant, weil die Prophezeiung der heiligen Hildegard mehrere Jahrhunderte vor der Gründung der protestantischen Kirche gemacht wurde. Der Mann der Sünde wird von einer gottlosen Frau geboren, die von Kindesbeinen an in die okkulten Wissenschaften und die List des Dämons eingeweiht wurde. Sie wird mit perversen Männern in der Wüste leben und sich mit umso größerem Eifer dem Verbrechen hingeben. Als sie durch die Offenbarung eines Engels dazu ermächtigt zu sein glaubt. Und so wird sie im Feuer brennender Begierde den Sohn des Verderbens empfangen, ohne zu wissen, von welchem Vater. Dann wird sie lehren, dass Unzucht erlaubt ist und sich selbst für heilig erklären und als Heilige verehren lassen. Aber Lucifer, die alte und listige Schlange, wird mit seinem höllischen Geist die Frucht ihres Leibes finden und die Frucht der Sünde vollständig besitzen. Wenn er nun das Alter des Mannesalters erreicht hat, wird er sich als neuer Meister aufstellen und perverse Lehren lehren. Bald wird er sich gegen die Heiligen auflehnen und er wird so große Macht erlangen, dass er sich im Wahnsinn seines Stolzes über die Wolken erheben würde. Und wie am Anfang sagte Satan, ich werde wie der Höchste sein und fallen. Und deshalb wird er in jenen Tagen fallen, wenn er in der Person seines Sohnes sagen wird, ich bin der Retter der Welt. Er wird sich mit den Königen und Fürsten und den Mächtigen der Erde verbünden. Er wird die Demut verurteilen und alle Lehren des Stolzes preisen. Seine Zauberkunst wird die erstaunlichsten Wunder vortäuschen. Er wird die Atmosphäre stören, Donner und Sturm befehlen, Hagel und schreckliche Blitze erzeugen. Er wird Berge versetzen, Bäche austrocknen, das verdorrte Grün der Wälder wiederbeleben. Seine Künste werden an den Elementen ausgeübt. Aber hauptsächlich wird er seine höllische Macht an den Menschen erschöpfen. Er scheint die Gesundheit wegzunehmen und sie wiederherzustellen. Wieso? Indem man eine besessene Seele in einen toten Körper schickt, um ihn eine Zeit lang zu bewegen. Aber diese Auferstehung wird von kurzer Dauer sein. Beim Anblick dieser Dinge werden viele erschrecken und an ihn glauben. Und einige, die ihren ursprünglichen Glauben bewahren, werden dennoch um die Gunst des Mannes der Sünde werben oder seinen Missfallen fürchten. Und so viele werden in die Irre geführt werden, unter denen, die das innere Auge ihrer Seele verschließen und gewohnheitsmäßig in äußeren Dingen leben. Nachdem der Antichrist einen hohen Berg bestiegen hat und von Christus vernichtet wurde, werden viele irrende Seelen zur Wahrheit zurückkehren. Und die Menschen werden rasche Fortschritte auf dem Weg der Heiligkeit machen. Nichts Gutes wird in ihn eindringen und nichts Gutes in ihm sein können, denn er wird an verschiedenen und geheimen Orten genährt werden, damit er nicht von den Menschen erkannt wird. Und er wird von allen teuflischen Künsten durchdrungen sein und er wird verborgen bleiben, bis er volljährig ist. Und er wird auch nicht die Perversitäten zeigen, die auftreten werden in ihm, bis er erkennt, dass er in allen Sünden voll und im Überfluss ist. Er wird erscheinen, um die Luft zu bewegen, um Feuer vom Himmel herabsteigen zu lassen, um Regenbögen, Blitze, Donner und Hagel zu erzeugen, um Berge umzustürzen, um Becher auszutrocknen, um das Grün von Bäumen und Wäldern zu entfernen und um es wiederherzustellen, indem er einen Leichnam so bewegt, als wäre er lebendig. Aber diese Art der Auferstehung wird nie länger als eine kurze Zeit andauern, denn die Herrlichkeit Gottes wird sie nicht dulden. Angeblich wird er ermordet, sein Blut vergossen und er wird sterben. Mit Fassungslosigkeit und Bestürzung wird die Menschheit erfahren, dass er nicht tot ist, sondern aus seinem Todesschlaf erwacht ist. Vom Beginn seines Lebens an werden viele Kämpfe und viele Dinge entstehen, die der rechtmäßigen Evangeliumszeit zuwiderlaufen und die Nächstenliebe wird in den Menschen ausgelöscht werden. Auch in ihnen wird Bitterkeit und Härte entstehen und es wird so viele Heresien geben, dass Ketzer ihre Irrtümer offen und sicher predigen werden. Und es wird so viel Zweifel und Unsicherheit im katholischen Glauben der Christen geben, dass die Menschen im Zweifel darüber sein werden, welchen Gott sie anrufen und viele Zeichen werden in der Sonne und im Mond und in den Sternen und im Wasser und den anderen Orten erscheinen. Elemente und Kreaturen, so, dass zukünftige Ereignisse in ihren Vorzeichen wie in einem Bild vorhergesagt werden. Dann wird zu dieser Zeit so viel Traurigkeit die Menschen beschäftigen, dass sie wie umsonst sterben müssen. Aber diejenigen, die im katholischen Glauben vollkommen sind, werden mit großer Reue auf das warten, was Gott anordnen will. Und diese großen Drangsale werden auf diese Weise weitergehen. Während der Sohn des Verderbens seinen Mund mit den Worten der Lüge und seinen Täuschungen auftun wird, werden Himmel und Erde gemeinsam beben. Aber nach dem Fall des Antichristen wird die Herrlichkeit des Sohnes Gottes zunehmen. Sobald er geboren ist, wird er Zähne haben und Gotteslästerungen aussprechen. Kurz gesagt, er wird ein geborener Teufel sein. Er wird ängstliche Schreie ausstoßen, Wunder wirken und sich in Luxus und Laster suhlen. Er wird Brüder haben, die ebenfalls inkarnierte Dämonen sind. Und im Alter von zwölf werden sie sich durch brillante Leistungen auszeichnen. Sie werden eine Streitmacht befehligen, die von den höllischen Legionen unterstützt wird. Nachdem der Sohn des Verderbens all seine bösen Pläne verwirklicht hat, wird er alle seine Gläubigen zusammenrufen und ihnen sagen, dass er in den Himmel aufsteigen möchte. Im Moment seines Aufstiegs wird ihn ein Blitz zu Boden schlagen und er wird sterben. Der Berg, der für seinen Aufstieg errichtet wurde, wird in einem Augenblick von einer dichten Wolke bedeckt sein, die einen unerträglichen Geruch wahrhaft höllischer Verderbnis verströmt. Beim Anblick seines Körpers werden viele Menschen die Augen geöffnet und sie werden ihren elenden Fehler erkennen müssen. Nach der traurigen Niederlage des Sohnes des Verderbens wird die Braut meines Sohnes die Kirche in unvergleichlicher Herrlichkeit erstrahlen und die Opfer des Irrtums werden dazu bewegt werden, wieder in den Schafstall einzutreten. Was den Tag nach dem Fall des Antichristen betrifft, an dem die Welt untergehen wird, darf der Mensch nicht danach streben, es zu wissen, denn er kann es nie lernen. Dieses Geheimnis hat der Vater für sich selbst reserviert. Und jetzt noch ein letzter Hinweis. Der Antichrist wird einen Berg besteigen und getötet werden. Dieser Untergang des Sohnes des Verderbens spiegelt sich in anderen Prophezeiungen wieder. Erst nach seinem Tod werden die Menschen den Irrtum ihres Glaubens erkennen. Liebe Freunde, habt auch ihr wieder einige Parallelen gesehen? Ich erinnere nur an die sieben Frauen, die sich um einen Mann schlagen. Das hatten wir schon in Prophezeiung. Wenn ja, ist es euch aufgefallen? Schreibt es in die Kommentare. Teilt das Video mit euren Freunden. Lasst einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal. Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neuen Videos von uns verpasst. Bis zum nächsten Mal.